Schon wieder über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter in den kommenden Tagen. Das ist schon wieder zu viel des Guten und das wird auch lokal zu Überflutungen führen. Wo diese Starkregenfälle niedergehen bzw. wo die heftigsten Gewitter durchziehen, das können wir euch hier jetzt an dieser Stelle nicht auf den Meter genau vorhersagen oder auch den Landkreis nennen. Deshalb schaltet die Push-Benachrichtigung in eurer Wetter.com-App ein. Dort bekommt ihr alle Informationen, sobald die Unwetterwarnung aktiv ist und zwar genau für euren Landkreis. Aber wir können immer grob einschätzen, in welchen Gebieten es die heftigsten Entwicklungen geben wird. So dann am Freitag in Richtung Nordosten und Osten. Nach Südwesten und Westen ist die Unwettergefahr deutlich geringer. Aber wie immer gilt, nicht jeder bekommt gleich viel von den Gewittern ab bzw. mit. Und zum Wochenende oder am Wochenende selbst geht das Ganze teilweise in Starkregen über. Der kann auch über einige Stunden anhalten. Und die Modelle sind sich dann auch so ein bisschen unsicher, wo die Schwerpunkte liegen. Zum Beispiel das deutsche Modell mit 125 Liter Regen auf den Quadratmeter in Sachsen. Das europäische Modell setzt genauso viel Regen an, aber eher in Richtung Ostseeküste. Und die Amerikaner, die halbieren einmal die Regenmenge mit rund 60 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das sind aber nur so Richtwerte. Teilweise kommt da regional deutlich mehr vom Himmel herunter. Und das bereits heute Nacht im Osten, bei tropischen Werten zum Teil. Tagsüber gibt es am Freitag dann die bereits erwähnten heftigen Schauber und Gewitter mit Schwerpunkt im Nordosten. Nach Südwesten ist es etwas ruhiger und es wird sehr drückend heiß mit Temperaturen von etwas über 30 Grad in der Spitze. Der Samstag bringt die besagten Regenfälle im Osten, wo die Schwerpunkte liegen. Das können wir wahrscheinlich euch dann am Freitag sagen. Ansonsten wird das aus Westen und Südwesten schon ruhiger bei sommerlicher Wärme. Und am Sonntag ist der Spuk vorbei. Schauer und Gewitter beschränken sich dann auf den äußersten Süden und zum Teil auch noch auf den äußersten Osten.